Ich hab vergessen wie es ist, normal zu lieben, deshalb lass ich es sein. Wow, was ist seine Stimme? Du kriegst das meiste nicht mehr, wie viele Lieder ich nachts wegen dir schreib. Hey, ja du nass mir ein Stück. Guck mal direkt, naja, kann man schon zum Musikvideo sagen, richtig geil. Zum Beispiel, man sieht Jamul richtig klein, das Haus ist riesig. Das hat schon direkt so einen Impact auf einen, so weißt du, ich hab alles, es ist alles so riesig, aber ich bin einsam. Die Leute, die hier mitgewirkt haben, die haben schon eine Ahnung von dem, was Jamul will als Künstler, was er mit seiner Musik ausdrücken will und das kommt auch direkt so rüber. Jedes Mal, wenn ich so Musik höre, ich bin dann so sad, wisst ihr, so ohne Sinn und so, wisst ihr was ich meine, da fühlt man sich so einsam, weil ich bin Single like a Pringle und so, aber ich möchte so happy like a Pringle sein, weißt du was ich meine?